Lass den Mann! 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 Lukas! Sag mal für die Kamera, wie fahrenst du das jetzt? So ein Fahrt. So ein Fahrt. So ein Fahrt. Lass mal Revue passieren das jetzt. Warum nicht denn? Wenn ich so ein Englöbertrip mache ich weiß nicht der von der Fahrt. Ich hab die Hälfte der Fahrt gepennt. Ich schäm mich. Ich schäm mich wirklich. Ich hab die Hälfte der Fahrt gepennt und ich schäm mich dafür. Ich schäm mich einfach für die Abitur. Ich war einfach die Hälfte der Abitur. Nein, aber wie fandest du das? 3 Viertel der Abitur machen sie nicht mit! Pepe, geh in die Schule! Ich schäm mich! Ich schäm mich! Ich schäm mich! ILL noch nie... Ich wollte dichelauben... mir best emissionisch. Ich wollte dich entdeck des jaws im Instagrams in нам! Ich schäm lacze dich zu lange! Ich wollte dich nicht zu fragen! Wurfesteil! 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 What do you say? What do you say? Rebecca, what do you say, that everyone here are so excessive? I don't know, I'm really sorry. It's weird, right? It's weird. I don't know. I don't know. I don't know. I've found no beauty in eating. Say, Sabine, is it also so that you see the clothes and don't have to? No, surprisingly not here. Banana-Rama. 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 We have to do the quality of the room and everything. I don't know. I mean, look, here, here. I'm going to throw a boil. There's a boil on the wall. I'm going to throw a boil. And that was your mother. Well, take a look. Perfect. Fürs Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020